Also man kann von Ashley halten, was man möchte, aber ich mag sie trotzdem nicht. So Ashley, jetzt lernst du meinen besten Freund kennen. Den Händler? Zumindest habe ich jetzt ein Punching Bag, wenn ich wirklich mal frustriert bin oder sowas, dann tüle ich einfach Ashley und gut ist. Fühle ich mich gleich besser. Ach, schon wieder diese Nasen. Äh, Ashley? Komm mit. Wir treten. Und wir klettern hoch, Ashley. Du bitte auch. Ashley? What the fuck? Hallo? Hallo? Ah, dass Ashley sie auch kein Stück bewegt. So, lass es. Ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Scheiß drauf. Ey, Ashley, tut mir leid. Was? Ashley, du bist ein Genie. Das war ein fucking Perfekt-Dodge. Hahaha, gestolpert, du Lappen. Okay, Händler. Du bist nicht der Händler. Nein, Ashley, komm hier nicht. Was hast du mit dem Händler gemacht? Ah, ah. Kein Händler hier. Ashley, sieht strange aus. Äh. Oh Gott, oh Gott, ist das brutal. Das ist ja gruselig. Werden da gerade die beiden Kostüme vermischt? Ah, natürlich Schild, Hainus, Alter. Ah, ah. Okay. Äh. Strategie. Wir lassen alle rein. Wir töten. Ha. Nein. Oh nein. Und immer und immer wieder müssen wir erleben, wie unser allseits beliebter Händler einfach in keinster Weise mehr da ist. Au, nein. Ich habe an diesem einen Gegner jetzt ganz viel HP verloren. So spiele ich nicht weiter. So. So hätte es eigentlich sein sollen. Stattdessen wurde ich gerade getroffen. Wie blöd. Was ist das? Wir sind einfach ein Dream-Team. Oh Gott. Weil du dich nicht bewegt hast. Luis, du musst doch auch auf mich achten. Ah. Go, Luis. Go, Luis. Er hat wirklich zu mir geguckt. Was? Was? Dodge? Weg. 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 Verdammt. Nein, bin ich nicht. Lass die Frage. Bitte lass es enden. Nicht auf diese Weise. Nein. Nein. Nein, bin ich nicht. Morgensstern direkt ins Gesicht bekommen. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ah. Are you okay? Oh. Geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh fuck. Warum? Okay. Okay. Natürlich sind die alle schon so gut wie da. Perfekt. Ja, du. Da sind halt ein paar. Da sind ein paar. Scheiße. Oh Gott, nein. So Ashley, du versteckst dich. Ich kümmere mich um die ganzen Scheiße hier. Okay. Jetzt gehen wir aber mal dahin. Ashley, komm mit. Jo, Ashley, tut mir leid, ne? War schön mit dir. Die Frage ist, wo gehen die jetzt mit ihr hin? Was? Das war schnell? Das ist doch ein Witz. Du sagst, ich hab ja mal verdammt nochmal die Fresse fett hier. Du versteckst dich jetzt und ich mach jetzt einfach alle fertig. Verdammt nochmal. Hier, komm. 3, 2, 1, bam. Wieso warten die da alle? Okay, okay, okay. Ich glaub, ich hab jetzt den Schlüssel. Oh ja. Lagerschlüssel. Das klingt schon mal sehr gut. Das klingt schon mal sehr gut. Oh nein. Oh ja. Es gibt hier noch wen? Ah. Da. Okay. Das ist doch ein fucking Witz. Ah. Oh nein. Ich höre was. Okay. Also an den Raum kann ich mich ja wirklich gar nicht erinnern. Ha. Ist das neu? Das ist eindeutig neu. Äh. Wait. Du bleibst mal hier. Gott. What the fuck? Also das ist wirklich neu. Merchant. Heilddämpfer für die Pistole? Ähm. Also wer auch immer Spanisch kann, der darf mir das gerne mal übersetzen. Okay. Diese Gegend hier ist äußerst faszinierend. Und ich hab keinen fucking Dunst, was zur Hölle das hier soll. Haha. Okay. Ich hab das Gefühl, das kam mit der, ähm, Resident Evil HD Mod irgendwie mit rein. Ich denk mal, dass da unter Umständen irgendwie was mit, wow, veranstaltet wurde. Das ist ja interessant. Ich kann sogar hier rüberspringen. Geld. Also wie gesagt, wer auch immer hier, äh, Spanisch kann, der darf mir hier gerne was sagen, was das hier genau sein soll. Oder ist es einfach nur, um diejenigen, die die HD Mod gemacht haben, hier zu verewigen unter Umständen. Wenn ich weitergehe, komm ich, glaub ich, wieder zum gelben Punkt. Kann das sein? Äh, gelben. Ja doch, gelben. Das ist ja da sozusagen einmal grün. Gott. Ist das hier ein fucking Rätsel? Hä? Äh. Fresche Oma. Das ist auf verblüffende Art und Weise irgendwie genial, aber auch irgendwie affen-creepy. Also extremst. Okay, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück, denn anscheinend konnten wir nochmal in die Mitte. Äh. Äh? Äh? Interessant. Ist das der Parasit? Coole Idee. Also das muss ich echt sagen. Das ist eine echt nice Idee. Hat sich ja doch gelohnt, die linke Seite zu nehmen. Aber wenn ich so meine ganze Munition und so weiter betrachte... Gott, das ist jetzt ein bisschen das Doofe. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich glaube, ich gehe doch lieber den anderen Weg. Da spare ich mir eine ganze Menge Munition. Hahaha. Alles nur kein U3. Häh. Häh. Witz. Krauser? Das ist ein fucking Witz. Ashley. Alter. Krauser. Oh Gott. Ja. Oh, das war's. Da bin ich nur leider wieder ziemlich am Arsch. Hahaha. Kacke. Nein. Ah. Leon Ashley. Leon Ashley. Leon Ashley. Ach fuck it. Ich hasse Ashley. Händler. Ich brauche Eier. Du bist nicht der Händler. Nein. Nein. Das kannst du nicht machen. Ich brauche doch einen Händler. Das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so gut aus. Ah. Nochmal Heilung. Auch wieder für mich. So. Äh. Sind die gerade runtergejumpt? Da ist ein Kittensing, Dude. Iiii. Äh. Okay. Moin. Äh. Hallo? Höh. Was? Wut. Was ist das denn? Die können fliegen. Höh. Das ist fucking nochmal cheaten. Au. Von wo? Nö, 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 nö. Jetzt wird aufgeräumt. I don't care. So. Jetzt werde ich jeden einzelnen töten. Verdammt nochmal. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Ja gut. Dem Kettensägen, Heino. Dem brauche ich nicht töten. Viel Erfolg. Jo, er jumped. Machst du es nochmal? Ja. Geh, geh. Weg mit euch. Wer hat da gerade geschrien? Da oben einer? Einfach nur nein. Fokussieren wir uns auf das Positive. Wir haben jetzt einen kommenden Händler, der hoffentlich da ist. Ich würde es tun. Ich würde es tun. Verdammt nochmal. Es gibt jetzt so ein paar Gegner, die mir jetzt hier alles mögliche ruinieren könnten. Verdugo wäre einer davon. Weil er verdammt nochmal schnell ist und ich habe aber kein riesengroßes, gutes Waffenarsenal. Aber, äh, Gott, ich will nicht. Stimmt ja, Quicktime. Oh Gott, nein! 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 Oh! Warum immer Kettensägen? Nee. Du bist erstmal geblendet, du Arsch. Dann kriegst du das hier in dein Gesicht. Dann brennst du ein bisschen. Und dann warte ich hier hinten in der Ecke, bis du zu mir kommst. Dann spreche ich dich nämlich in die Luft. Das hat nichts gebracht. Nein! Gar nichts. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Wow. Einen einzigen Schuss daneben semmeln. Und schon geht es nicht mehr. Jetzt gehe ich bitte hier oben hin und dann kommst du mir bitte nicht hinterher. Haha. Oh. So sah der aber nicht aus. Oh Gott, nein. Jetzt ist es auch noch der echte. Äh, unschön. So sieht man sich also wieder. Friss Licht. Bamm. Oh Gott, nein. Nachladen, nachladen! Das wird nichts. Oh Gott, das wird was. Ohohohohohohohoho. Ich habe das Gefühl, das kann auch ein bisschen brutal werden, um ehrlich zu sein. Hö? Oh Gott, ja. Plopp. Schnauze. Du weißt nicht, durch was für die Hölle ich gegangen bin, verdammt noch mal. Mehrmals. Wir ignorieren einfach mal diese 19 hier. Oh Gott, was das scheiße. Oh Gott, was das scheiße.